Ciao zusammen und willkommen zu meinem allerresten FIFA 17 Video hier auf meinem Kanal. Und was ist das für ein Krampf da? Oh, ein Hype um eine Demo und dann spinnt das PSN. Dann weiss ich wie lange gebraucht, ab 2 oder 3 Stunden hab ich gebraucht bis ich das herunterladen konnte. Hast du auch so lange gebraucht? Wenn ja, schreibt doch unten in die Kommentare wie lange es bei dir gegangen ist. Länger oder weniger lang als die 2 bis 3 Stunden oder wie es bei mir gegangen ist. Nicht mehr wundern, wie lange das bei euch gegangen ist. Also ab mit deiner Twitter in Kommentaren. Jetzt wechsle ich aber auf Hochdeutsch. Wieso wechsle ich auf Hochdeutsch? Ganz einfach und nur kurz wechsle ich auf Hochdeutsch. Denn es sind sehr viele Neuabonnenten von FIFA Goals United auf meinem Kanal aufmerksam geworden und haben mich abonniert. Also an all diejenigen, die jetzt neu dazugekommen sind von FIFA Goals United oder auch sonst natürlich alle, die neu gekommen sind. Ein riesiges Dankeschön, dass ihr mich abonniert habt, dass euch meine Videos gefallen. Das freut mich wirklich. Also ein riesiges Dankeschön an euch da draus. An alle und auch an alle, die neu gekommen sind und alle, die schon seit einem Jahr oder einem Jahr oder einem halben Jahr oder egal wie lange dabei sind. Nochmals ein riesiges Dankeschön an euch. Und wie habe ich es geschafft? Also wieso kommen die Leute von FQ zu mir? All diejenigen, die das noch nicht wissen. Ich habe es geschafft, in dem letzten Video von FQ, wo sie die Best-of-Pack-Reaktion rausgaben und vom ganzen Jahr geschafft, dort reinzukommen. Und zwar ist meine FQ ganz am Ende des Videos. Wenn du es noch nicht gesehen hast, ich habe unten in der Videobeschreibung dieses Video verlinkt. Also zieht es euch rein und schaut es bis zum Ende. Es sind so viele Garni-Pack-Reaktionen drin und natürlich die beste am Ende von mir. Ja, soviel jetzt dazu und eben deswegen spreche ich kurz Hochdeutsch. Für alle diejenigen, die der Schweizer Sprache nicht ganz so mächtig sind oder Probleme haben, das zu verstehen, meine Videos sind immer auf Schweizerdeutsch. Bis auf die WW-Serie, die ist auf Hochdeutsch. Der Rest macht wirklich alles auf Schweizerdeutsch. Auch dieses Video, da werde ich dann bald gleich wieder auf Schweizerdeutsch wechseln. Aber ich denke mir, man merkt mir auch sonst die Emotionen an. Ich muss es einfach so machen, weil dann komme ich wirklich so rüber, wie ich bin. Mit Hochdeutsch, da muss ich mich eher etwas verstellen. Also nicht zu stark konzentrieren, dass ich auch in einem einigermassen akzeptablen Hochdeutsch spreche. Das muss ich beim Schweizerdeutsch nicht, weil das ist meine Muttersprache. Da kann ich einfach vor mich loslabern. Und ja, dann bin ich eben echt, dann bin ich real. So bin ich halt. Dann kann ich so sein, wie ich bin. Und das möchte ich ja auch so machen. Ich hoffe trotzdem, dass ihr meine Videos dann gefallen oder euch allen gefallen, die etwas Mühe haben, die Schweizerdeutsche Sprache, wenn das der Fall ist und du das wirklich nicht verstanden hast, einfach unten die Kommentare hinschreiben, was genau du nicht verstanden hast. Und ich oder sicher ein anderer Abonnent wird euch das gerne übersetzen oder erklären, wie das zu verstehen ist. Ja, so viel dazu. Und jetzt wechseln wir wieder auf Schweizerdeutsch und wir gehen gerade ins Gameplay. Ich habe gedacht, der Journey wäre geil, aber das mache ich noch nicht. Das wird das nächste Video sein. Das allererste Video wird einfach ein normales Gameplay-Video sein, wie mit meiner Mannschaft da Real Madrid spielen. Und gegen wer jetzt zockt, das erfahren wir gerade. Jetzt! Unser erstes Spiel ist Real Madrid gegen Juventus Turin. Und ich habe jetzt gar nichts an Formationen oder irgendetwas anpassen. Und ich spiele genau so, wie man es am Anfang einfach hat. Keine persönlichen Anpassungen oder irgendetwas. Und mal hoffe, dass ich da nicht auf Fresse kriege. Die ersten paar Spiele sind meistens... Und das allererste Spiel ist ja meistens eher etwas Schweres. Weil man noch nicht so draus kommt. Aber bisher läuft das ja da nicht so schlecht. Nicht so schlecht. Wir machen da perfekten Angriff, wie es aussieht. Und jetzt Flanke hierüber, da kommt Ronaldo. Und Ronaldo gerade mit dem ersten Schuss zum 1 zu 0. Was für einen geilen Angriff. Es läuft wirklich gerade gut für das erste Spiel. Und der Ronaldo kippt da einfach die Eckfahnen umher. Ja, muss man auch, wenn man das erste Goal so hammergeier ausgespielt hat. Und so geil verwertet. Juve hier im Angriff. Und kommen wir vom Balltrainer, der ganz locker macht den Ball zusammen mit Carabacal. Und wir probieren da gerade einen Angriff zu starten. Und sagen, die Spieler laufen wirklich perfekt mit. Also das ist nicht nur so gesagt worden. Die machen das auch. Schauen das ab mit dem Benzema. Aber leider nehmen ihn 2 zu 0. Da haben wir genau gesehen, wie schöne Spieler mitlaufen. Und man ein perfektes Passspiel im Angriff machen kann. Also gefällt mir bisher da richtig in dieser Demo. Jetzt haben wir auch zum ersten Mal gerade einen Eckball. Und da ist ja das neue System mit diesen Zeugen so irgendetwas. Und ja, jetzt mal schauen, ob ich den hier hin platzieren kann. Sehr schön mit dem Ball. Aber der Ball wird abgefangen. Aber da kann man glaube, wenn man es mit dieser Attacke, die wirklich im Griff hat, kann man ein paar geile Goals herkriegen. Wieder im Angriff mit dem Krosso. Man sieht der Modisch, der perfekt läuft. Und der macht einen Scheiss. Beziehungsweise ich mache einen Scheiss. Ich verdribble mit euch. Ich will etwas Geiles für euch machen. Und für die Box. Und jetzt gibt es gerade den Counter von Juve. Aber wir können es nicht verteidigen. Aber der Cipio macht auch den Fehlpass. Und somit können wir jetzt den Angriff starken geben. Wir geben einen Querpass. Schön zum Bale. Bale mit dem Spin stehen bleiben. Und wieder da mit Ina. Und mit dem Schuss. Und nichts. Bei Hass habe ich da gemacht. Ich weiss es nicht. An der Scheissdreck. Aber wir haben den Ball immer noch. Es ist gross. Mit dem Schuss direkt auf der Buffon. Juve spielt die Mittagsschuld. Fast trümmelig mit ihrem Passspiel. Immer hin und her. Retour. Führig. Aber jetzt kommen wir noch schön sauber vom Balltrainen. Und können wir auch gerade den Counter fahren. Auf jeden Fall hier Benzema. Und da läuft auch einer. Ich weiss nicht wer. Auf jeden Fall ist der Pass nicht angekommen. Aber Benzema setzt sich einfach durch. Er schiesst. Aber ein Goal vorbei. Benzema. Wenn du schon so Glück hast. Dann musst du sie auch nachher machen. Wir sind jetzt hier in der zweiten Halbzeit. Und vielleicht kommen wir auch wieder schnell ans Goal schießen. Wer weiss. Wir haben ja am Anfang gerade zu schnell den Schuss. Aber das sieht gar nicht danach aus. Sondern es sieht mehr danach aus. Das Juve macht das. Da macht er. Wir haben da einen schönen Ball. Carvacal. Schöner Pass. Dura auf der Benzema. Und der drückt sich einfach mal durch. Und kann. Wieder kein Goal machen. Er schiesst spät. Meine Güte. Was läuft mit mir? Oder ist das am Benzema? Man weiss es nicht. Ich denke es liegt an mir. Wir können jetzt gleich einen Angriff starten. Wieder. Können wir das? Ja. Irgendwie können wir es. Okay. Jetzt aber. Jawohl. Jetzt hat er Benzema als 2 zu 0 gemacht. Irgendwas wird auch durchgesetzt. Aber wieso setzt er sich so einfach durch? Also wenn mir jetzt das passiert mit der Verteidigung, so etwas würde ich mich aufregen. Würde ich mich aufregen. Oh mein Gott. Was für ein schöner Pass ist jetzt das auf Daniel Alves. Und der hat jetzt Platz. Aber da haben wir auch den Ramos. Der weiss natürlich weder Alves spielt. Und kann auch zusammen mit der anderen Verteidigung des Balltrainer. Und jetzt haben wir mit Ronaldo auch den Platz, wo wir gleich Konter fahren können. Und wir machen das perfekt. Schauen wir euch das an, wie die Spieler laufen. Hier mit einem Bell. Und Bell! Nein! Ronaldo! Was für ein Kirschner vom Kriege! Zuerst geht er mit einem Prall drauf. Und dann, wenn der Kriege haut er in die Masche rein. Brutalstens geil. Da können wir schon Traum-Gaal gestanden. Klar, aus Glück. Aber hey. Boleh. Einfach reinpreschen vom Kriege. So geil. Jetzt ist hier wieder Juwe im Angriff. Können wir sie verteidigen? Nein, das mal sieht es nicht gut aus. Was für ein Glück. Nein! Komm weg mit dem Ball. Schön. Komm, komm, komm da. Groß, groß. Es gewinnt es. Ja, es gewinnt es nicht. Sie bleiben im Angriff, Alexandro. Aber jetzt ist vom Ball getrennt. Jedoch, ich spiele eine Retour. Ich will Penalti schießen. Ich will schauen, wie das geht. Das heisst, ich werde jetzt ein eigenes Goal machen. Ich werde ein eigenes Goal machen, damit es ins Penalti schießen kann. So. Jetzt haben wir hier das Penalti schießen. Da kann man zuerst mit dem Männchen hin und her laufen. Ich denke, das passt gut. Anlauf beginnen. Halten. Äh. Das ist gut. Okay. Uh. Und dann schiessen. Und dann schusshebt der Buffon. Also das ist ganz komisch da Penalti. So. Siehst du laufen. Dann haben wir den Linken hinzuschauen. Um zu laufen. Und dann schiessen. Und ja. Dann hält der Goal. Und ich halte ihn nicht. Also jetzt müssen wir da nochmal ein wenig ausrichten. Dann gehen wir da so. Okay. Dann tun wir ihn dann wieder da. Ah, dann muss man so füren. Und dann haue ich da in die Wolken rauf. Meine Güte. Aber langsam weiss ich wie das funktioniert. Ich weiss es. Nein. Den hätte ich doch haben. Das sieht dann heraus, dass er erst die Penalti schiessen darf. Aber. Egal. Wie kann er da rüber? Kann er da? Ah, guck mal. Kann er so rüber? Kann er noch weiter? Nein. Weiter geht nicht da. Und jetzt haue ich ihm da einfach gerade in die Mitte. Einfach mal gerade in die Mitte. Okay. Man verzeucht gegen den Schluss ein wenig. Also ich auf jeden Fall. Und dann konnte er nicht genau dort wo man wollte. Und. Den habe ich. Yes. Mit Glück habe ich den gehabt gehabt. Jetzt nur noch Tschüss rein. Und einer dann verwehrt. Also das lasse ich jetzt da. Dann kann ich da. Einmal hole ich so anlaufen. Und. Zack. Nein. Der wäre doch perfekt gewesen. Scheisse. Ja jetzt muss ich alles halten. Jetzt muss ich alles halten. Dass ich überhaupt eine Chance. Eine Minimale habe. Aber da. Der Mannzukic. Holt einen richtig fett Anlauf. Und er macht ihn ganz locker. Ich verliere ihn im Penalti schiessen. Okay. Ich hätte ja damals an sich gewonnen. Aber im Penalti schiessen verliere. Weil ein Penalti schiessen ist ganz etwas Neues. Interessante Neuigkeit. Aber das Penalti schiessen. Irgendwie gefällt es mir schon. Weil es braucht mehr. Es hat mehr Möglichkeiten. Es braucht mehr Skills. Kann man schon wirklich sagen. Das Penalti schiessen. Also Penalti schiessen. Die Demo verloren. Jedoch nach Penalti schiessen. Und das Penalti schiessen ist ja etwas Neues. Wir haben ja gesehen. Und da muss man zuerst in das Ganze reinkommen. Auf jeden Fall mehr hat es richtig Spass gemacht. Diese Demo. Hast du die Demo auch? Wenn ja. Schreib doch deine Meinung unten in die Kommentare. Zur FIFA 17 Demo. Nimm mich echt unter was du davon haltest. Mir gefällt sie. Extremstens für eine Demo. Und darum. Das nächste Video. Wo kommen wird. Wie versprochen. Wird der Journey sein. Also. Wenn du das auch sehen willst. Schalt bald wieder ein. Bleib auf dem Laufenden. Denn das Video wird sehr bald kommen. Wahrscheinlich schon morgen oder übermorgen. Denke ich mir. Spätestens übermorgen. Wird das sicher kommen. Wenn ich sogar schon morgen. Wer weiss. Auf jeden Fall. Danke euch fürs Zuschauen. Und ich danke auch dir. Dujeniger. Oder dir diejenige. Die der Schweizer Sprache nicht so. Vollzeit. Und trotzdem. Bis jetzt. Drangeblieben seid. Danke fürs Zuschauen. Und ich hoffe euch hat das ganze auch gefallen. Und ihr habt das. Meiste. Einigermassen. Verstanden. Und wenn ja. Und es euch gefallen hat. Haut doch einen Daumen nach oben. Für das Video auch raus. Würde mich extrem freuen. Jetzt sind wir am Ende angekommen. Und darum. Können wir jetzt noch meine abschließenden Worte. Auf Schweizerdeutsch. Das heisst. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Einen schönen Abend. Und einen schönen Morgen. Ciao. Schön. Schön. Ganz schön. Ka. Ka. Mim. 1 zu 0. Was für ein geiler Spielzug das war. Es lag momentan. Aber der Sp...